Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast Folge. Du bist wieder dabei und das finde ich richtig schön. Hier spricht eine studierte Ernährungswissenschaftlerin, die die negativen Effekte von Übergewicht auf den Körper und die Knochen erforscht hat. Und ich bin jetzt als selbstständige Ernährungsberaterin tätig und helfe anderen dabei, dass sie sich mit ihrer Ernährung wohlfühlen können. Und mein Name ist seit letztem Freitag nicht mehr Dr. Ann-Christin Picke, sondern Dr. Ann-Christin Dorn. Weil ich habe nämlich letzte Woche meine große Liebe geheiratet und er ist auch gleichzeitig mein bester Freund und deswegen schwebe ich immer noch auf Wolke sieben und bin total beseelt. Und es war eine richtig schöne kleine Familienfeier mit den engsten Freunden und bei strahlendem Sonnenschein und richtig viel leckerem Essen. Ich bedanke mich auch bei dir für die vielen liebevollen Glückwünsche auf den unterschiedlichsten Kanälen und ja, es hat mich unglaublich berührt und wahnsinnig gefreut. Also vielen lieben Dank dafür. Ich habe zwar nun einen neuen Nachnamen, aber dennoch bleibe ich weiterhin deine zuverlässige Partnerin in Sachen Ernährung. Und auch der Podcast befasst sich natürlich weiterhin mit gesunder Ernährung und dem passenden Mindset dazu, damit du deine Ziele erreichen kannst. Heute möchte ich mit dir in einer kurzen und knackigen Folge über Körperfett sprechen und wo es am Körper zu finden ist, weil das hat nämlich einen großen Einfluss auf Krankheitsentstehungen und eben auch auf deine Gesundheit. Und ganz interessant finde ich, dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Und du erfährst heute, was ist gesünder, Fett am Bauch oder Fett am Po? Was passiert, wenn man mehr ungesundes Fett hat? Und was kannst du dagegen machen? Wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du auch schon, dass Übergewicht das Risiko für bestimmte Erkrankungen erhöht. Also dazu gehören Diabetes Typ 2, bestimmte Krebsarten, Bluthochdruck und Herzinfarkte. Interessant ist, finde ich, wenn Personen nicht übergewichtig sind, haben Frauen dennoch rund 10% mehr Körperfett als Männer. Und trotzdem sterben Frauen viel seltener an Herzinfarkten als Männer. Das liegt unter anderem an der Fettverteilung, die bei Männern und Frauen meistens unterschiedlich ist. Also Männer haben oftmals mehr Fett am Bauch und Frauen haben mehr Fetteinlagerung am Po, der Hüfte und am Oberschenkel. Und bei Männern, die eine hohe Masse an Fett am Bauch haben, sieht man das von hinten oft gar nicht, dass sie zu viel Gewicht haben. Dann drehen die sich zur Seite um und dann kommt da der prei gefüllte Bierbauch zum Vorschein. Und die Beine sind interessanterweise nach wie vor schlank. Und daher wird dieser Typ auch androide Fettverteilung genannt. Oder eben ganz einfach, ganz umgangssprachlich, das ist der Apfeltyp. Schön rund in der Mitte. Und im Gegensatz dazu haben Frauen mehr Fett an den Oberschenkeln und am Po. Und das macht auch die typisch weibliche Figur aus. Schmale Taille und dann breiter nach unten hinweg. Und deswegen wird dieser Körpertyp als Gynoid bezeichnet. Oder einfacher als Birne. Oben schmal, unten breit. Möglicherweise kennst du aber einen Mann, der einen ausladenden Hintern hat oder eine Frau mit schmalen Beinen und einem dickeren Bauch. Auch das kann vorkommen. Also ca. 80% der Männer sind ein Apfeltyp, also rund in der Mitte. Und die restlichen können so ein bisschen zur Birne hin tendieren. Und auch bei Frauen gibt es 15%, die eher ein Apfeltyp sind und der Rest ist eben eine Birne. Oben schmal, unten breit. Was hat es mit der Fettverteilung auf sich? Das Fett am Bauch, beim Apfeltyp, schmiegt sich um die Organe. Also die Organe wie Leber, Niere, Darm, Bauchspeicheldrüse, die werden schön von Fett umgeben und eingebettet. Und das Fett beim Birntyp befindet sich am Oberschenkel halt unter der Haut. Daher kommt auch die Zellulite. So, und eine Art der Fettverteilung ist nun aber gesundheitsfördernder als die andere. Welche ist es? Menschen, die einem Apfeltyp entsprechen, haben ein erhöhtes Risiko, an Typ 2 Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkten oder bestimmten Krebsarten zu erkranken. Über das Fett am Hintern, Oberschenkel oder an der Hüfte, also wenn man ein Birntyp ist, darüber wurden bislang keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit festgestellt. Und das ist erstmal hart zu hören. Wenn du zuhörst und ein Mann bist oder du zuhörst und einen ganz bestimmten oder mehrere bestimmte Männer ganz besonders gern hast. Und nun weißt du, dass allein die Fettverteilung viele Krankheiten begünstigen kann. Es ist nicht nur die Menge an Fett, sondern auch, wo sich das Fett befindet. Also als Frau habe ich da tatsächlich gerade einen Vorteil. Das Fett am Bauch ist nämlich aktiver. Es schüttet Entzündungsbotenstoffe aus. Also eine Entzündung kennst du sicher als eitrige Wunde an der Haut oder so. Das wird dann ganz gelblich und tut weh. So ist das jetzt mit diesen Entzündungsbotenstoffen nicht. Also es ist nicht so, dass dein ganzer Körper dann eitert oder entzündet ist. Aber es ist wie so eine unsichtbare Entzündung. Also der Körper ist quasi die ganze Zeit in Entzündungsalarmbereitschaft. Und das hat negative Einflüsse auf die Zuckeraufnahme aus dem Blut und fördert Krebserstehungen und Herzinfarkten. Die überschüssige Energie, die man aufnimmt, wenn man zu viel isst, die wird als Fett gespeichert. Und Männer lagern das nun mal überwiegend am Bauch ein und Frauen am Po und am Oberschenkel. Wenn du dir mal Kinder anschaust, dann siehst du das nicht wirklich. Das sind nicht wirklich Unterschiede in den Körperform. Bei Kindern ist diese Fettverteilung einfach noch nicht ersichtlich. Und das passiert erst in der Pubertät, wenn der Körper männlicher oder weiblicher wird. Und so beginnt dann auch die ungleiche Fettverteilung. Möglicherweise sind also die Sexualhormone daran schuld, wo sich das Fett bei wem, bei welchem Geschlecht befindet. Mädchen werden unter anderem zu Frauen, weil sie mehr Östrogen produzieren. Und dann wird auch mehr Fett am Hintern eingelagert. Wenn aber eine Frau in die Menopause kommt, also in ihre Wechseljahre kommt, also diese durchlebt, das ist so, wenn man 50, 55 Jahre alt ist, dann nimmt die Östrogenproduktion wieder ab. Und die Fettverteilung wird interessanterweise von eher birnenförmig zu ein bisschen apfelförmiger. Und das kann man auch bei Männern beobachten. Zwar nicht so häufig wie bei Frauen, aber es gibt es auch, dass auch deren Sexualhormon, das ja das Testosteron ist, weniger stark produziert wird im Alter. Und dann werden die von dem Apfel zu einer kleinen Birne. Es ist aber leider noch nicht ganz geklärt, warum es einen Apfel- und einen Birntyp gibt und wie es dazu kommt. Also es gibt schon wirklich viele weitere Forschungen. Ein paar stelle ich dir jetzt noch in aller Kürze gleich vor. Aber es ist noch nicht hundertprozentig geklärt, wie es nun wirklich dazu kommt. Eine Erklärung für den Birntyp allerdings bei Frauen ist die Schwangerschaft. Bei Frauen können nun mal schwanger werden und müssen in der Lage sein, über die Schwangerschaftsdauer Energie in Form von Fett zu speichern, um dann später das Gen stillen zu können, weil das kostet unglaublich viel Energie. Am Bauch wächst aber schon das Kind. Dann ist ja gar kein Platz mehr da für Fett. Und daher macht es auch Sinn, dass der Körper die Fettreserven bei der Frau am Hintern und den Oberschenkeln platziert und eben nicht am Bauch, da wo das Kind wächst. Es gibt aber auch weitere Studien. Eine kann ich dir gerne verlinken in der Podcast-Beschreibung. Diese Studien, die haben dann herausgefunden, dass Männer und Frauen Fettsäuren aus der Nahrung anders aufnehmen und auch anders speichern. Und das kann eben auch ein Grund sein, warum die Fettverteilung so anders ist. Ich habe ja gesagt, das Bauchfett produziert so Entzündungsbotenstoffe. Aber auch das Birnenfett, also das Fett am Hintern kann Stoffe produzieren. Und das sind in Anführungsstrichen gute Hormone. Das kann zum Beispiel Leptin sein. Das ist ein Hormon, wenn das ausgeschüttet wird, dann fühlst du dich satt. Oder das kann Adiponektin sein. Das wirkt anti-entzündlich und das wirkt Insulin sensibilisierend. Also das Hormon Insulin kann dann besser arbeiten. Also Insulin sorgt dafür, dass Zucker aus dem Blut in die Zellen aufgenommen werden kann und kann Insulin besser arbeiten, wird der Zucker besser in die Zellen aufgenommen. Weil zu hohe Blutzuckerwerte sind nämlich nicht gesund. Und das kann damit vorgebeugt werden. Beim Apfeltyp ist das leider genau andersherum. Das Bauchfett sorgt dafür, dass das Insulin weniger gut arbeiten kann und der Zucker lange im Blut bleibt. Und das führt leider zu Typ 2 Diabetes. Dennoch, beginnst du als birnenförmige Frau übergewichtig zu werden, lagert sich auch bei dir Fett am Bauch an. Und das hat genau dieselben negativen Eigenschaften wie beim reinen Apfeltyp. Dass Frauen mehr Fett am Hintern einlagern, ist kein Freifahrtschein dafür, dass Übergewicht nicht auch dort negative Effekte auf den Körper haben kann. Ja, was kannst du jetzt machen? Du kannst erstmal herausfinden, ob du eine gute Fettverteilung hast. Und dafür kannst du deine Waist-to-Hip-Ratio ausrechnen. Waist heißt Taille und Hip heißt Hüfte. Also dein Taille-zu-Hüfte-Verhältnis. Das ist halt die Maßeinheit, um zu gucken, ob du möglicherweise zu viel Bauchfett hast. Wie du das berechnen kannst, verlinke ich dir in der Podcast-Beschreibung. Da kannst du dir ein Video dazu angucken. Aber ich erkläre es hier noch in aller Kürze. Du nimmst dir einfach ein Maßband, misst deine Taille, die ist ca. zwei Finger breit über dein Bauchnabel, also an der dünnsten Stelle. Und dann misst du auch noch deinen Hüftumfang. Und der befindet sich an der breitesten Stelle an deiner Hüfte. Und danach teilst du die Zentimeter deiner Taillenmessung, deines Taillenumfangs, durch die Messung deines Hüftumfangs. Und schon hast du deine Waist-to-Hip-Ratio. Und die Werte, die packe ich dir auch in die Podcast-Beschreibung. Das, was du jetzt nämlich, also was du daran ablesen kannst. Bei Männern, egal ob es nun ein Apfel- oder Birnentyp ist, dort sollten die Werte oder der Wert unter 1,0 liegen. Hast du einen Wert von 1,04, hast du ein fünffach erhöhtes Risiko, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu bekommen. Die Werte bei Frauen, egal ob Birne oder Apfel, der Wert sollte unter 0,85 liegen. Liegt dein Wert bei ungefähr 0,88, hast du ein fünffach erhöhtes Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu leiden. So, und dann weißt du ungefähr, wie es um deine Fettverteilung steht. Ist die gut oder nicht so gut? Und wenn die nicht so gut ist, kannst du da mit deiner Ernährung doch was drehen. Und zwar solltest du ernährungstechnisch ballaststoffreiche Lebensmittel zu dir nehmen, weil die machen dich länger satt. Und wer länger satt ist, der isst auch weniger und nimmt dadurch weniger Kalorien auf. Und dazu gehören Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte, sowas wie Erbsen, Bohnen und Linsen. Finger weg von täglichen Zuckerbomben wie Süßkram und Softdrinks. Hin und wieder okay, nicht täglich, nicht in rauen Mengen. Versuch, so natürlich wie möglich zu essen und so wenig Fastfood wie möglich. Und auch so wenig wie möglich hochgradig prozessiertes Essen, also wie es in manchen Fertiggerichten zu finden ist, wenn man die kauft und eigentlich gar nicht weiß, was man da vor sich hat. Versuch auch überwiegend gesundheitsfördernde Fette zu essen. Und zwar, die sind in Pflanzenölen, die sind in Samen, in Nüssen. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und du dir deine Waste-to-Hip-Ratio ausrechnen kannst. Und nicht verzagen, falls der Wert noch nicht super ist. Ich habe dir gerade ein paar Tipps mit einem die Hand gegeben, wie du dagegen vorgehen kannst, um eben in den Normalbereich wieder reinzukommen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mit mir und der Community teilst, was für ein Typ du bist unter dem Post der heutigen Podcast-Folge oder welche Erfahrung du schon mit Birne und Apfeltyp gesammelt hast. Ich kann schon mal so viel verraten, ich bin eine klassische Birne. Und unterstütze mich gerne auch mit deiner Bewertung hier bei iTunes. Ich wünsche dir nun eine schöne Woche, deine Ann-Christin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.